Ha, grüß euch. Wer kennt Joko Winterscheid? Finger hoch. Wie, so wenig? Frage gestellt. Joko Winterscheid? Kennst du nicht? Muss ich mal antworten, wer Joko Winterscheid ist. Also, das ist Tutorial 12. Und Tutorial 12 hat Joko Winterscheid, der so unbekannt ist, dass er schon bekannt ist, einen Hubschraubbär gekauft. In Teil 11 hat er den Hubschraubbär bestellt. Online. Vor 5 Jahren fragt, ihr könnt fragen, ja, Frank Montenbruck bei den Dreharbeiten Stromberg, war er beim Ekel Heinz im Studio, beim Medienkanzler. Und da haben wir ganz viele Hubschraubbär getestet vor laufender Kamera. Was da mal rausgekommen ist, könnt ihr euch denken, das Studio war noch nie so sauber durch die Rotoren dieser Hubschraubbärs. Und es hat viel Spaß gemacht, vor allen Dingen beim Verschrotten. Lieber Joko, viel Spaß mit den Hubschraubbärs, sage ich dir. Ja, an alle anderen, das ist das Tiere. Ich bin ein Schreckgespenst. Tele 5 hat den Kalkofe und das Internet hat mich. Und wer mich nicht kennt, hat sowieso das Internet verpennt. Und wer das hier etwas zu ernst sieht, ist eh ein Vollpfosten. Und Vollpfosten sind ja bekanntlich die besten Fans. Joko Winterscheid, viel Spaß mit deinem Hubschraubbär.